Halliallöche Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario World Part 22, ja 22 müsste es glaube ich sein. Ja, im letzten Part haben wir so ein bisschen Sachen in der anderen Welt gemacht, aber ich bin jetzt nochmals zurückgereist, hab mich ein paar Eitungsgelder abgedeckt und hab mir überlegt, wie ich jetzt weitermache. Jetzt habe ich mir überlegt, okay, ich habe Probleme mit den Welten, es wird mir immer schwerer, mein persönliches Empfinden, und jetzt habe ich mir gesagt, okay, was ich eigentlich am Ende sprichet habe, ziehe ich jetzt ein bisschen vor. Ich habe schon mal irgendwo ein Let's Play gesehen, teilweise, also ich habe überall mal Super Mario World Let's Plays gesehen, obwohl ich sie ja selber nicht geguckt habe, selber nie durchgespielt habe, so rum. Und, ähm, allerdings habe ich mir gedacht, okay, du fängst es an, die Secret Access zu machen, weil es gibt da ein paar kleine Sachen, die man halt noch vorher machen kann. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt machst du das so, und, ja, kurze Rede, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen jetzt an mit dem Level Download Plains 1, weil, wie ihr seht, ist da rot markiert, und das war klug. Und, ähm, ja, da können wir halt ein bisschen was machen. Wie ihr seht, habe ich mich auch noch ein bisschen abgedeckt. Also, ich bin jetzt, ähm, mit Yoshi unterwegs, und hab den gerade wieder verloren. Noch nicht. Da kommt ein Super Trooper. Was mache ich da? Jetzt habe ich Yoshi verloren. Krass dich! Oh, doch nicht. Äh. Ich habe, dass das genauso... Nein, den möchte ich nicht verlieren. Äh. Ich habe, dass das genauso eine Ausgabe hat wie in Super Mario, ähm, Zelda. Dass ich, ja, die ganzen Rendereinstellungen ein bisschen umgedreht habe. Also, naja, umgedreht ist das falsche Wort. Ich habe einfach, äh, ein bisschen rumge... Ein bisschen rumgewerkelt. Und das war sehr gut, dass ich da gerade kurz nicht aufgepasst habe. Und, äh, jetzt hoffe ich, dass... Das war nicht so geplant. Auf jeden Fall nicht so geplant. Das ist das erste Level. Aber ich möchte später haben. Ja, ich kriege mich schon wieder drüber auf. Also, ähm... Ich habe jetzt angefangen, das hier zu spielen, weil ich bei Zelda nicht mehr weiterkam. Aber... Ich habe hier mehr Probleme als in Zelda, wo ich einfach nur nicht weiterkam. Äh, eigentlich total dumm, wie ich weiterkam, hoffentlich, dass ich das so möglichst schnell finde. Oh, da oben ist was. Da oben ist was! Möchte ich hin. Möchte ich hin. Danke. So, du spuckst mal schön deine komischen Pixiebill. Und dann töte ich dich. Das ist ein fairer Deal. Oder nicht? Kleiner, lieber, äh, was auch immer du warst. Ah. Ey! Dafür schnapp ich mich dich gleich. Komm her! Nein! Nein! Oh! Cool. Das hat auch besser geklappt, als er wartet. Das Spiel war ich mich doch. Ich meine, jeder Mensch kann dieses scheiß Feder lenken. Nur ich nicht. Nur ich nicht. Oh. Da ist eine Feder. Oh. Da sind, da sind Münzen. Das Leben. Party. Huiiii. Wow. Ja, ich kann dieses Ding nicht. Huiiii. Uffsch. Ich bin zu blöd dazu. Ich bin zu blöd dazu. Hm. Das Interessanteste, äh, muss eigentlich sein, um zu gucken. Ich jage was hinterher. Alles normal, alles normal, alles normal. Aber, ich töte mich, dabei halb selber. Das muss, das, das muss ja irgendwie, äh, Ich stelle mir jetzt interessant vor. Hey, der Typ, der Typ, der kann ja, der, der kann ja nicht Mario. Aber, das sagen wir ihm nicht. Sondern, wir sagen ihm doch. Aber, aber, eigentlich, eigentlich ist das schon schlecht. Bala, der ja, 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 der ja irgendwie existent ist in dieser Welt. Aber, wer denn nur eine Sache haben will, bringt er sich halt selber um. Aber, man kann ja doch hoch, oder? Also, da oben, an dieses Ding, an, wo ich eben war. Aber ich kann auch fliegen. Das wird ein langes Let's Play. Das wird ein verdammt langes Let's Play. Oh. Hihi. Ui. Ich bin jetzt in den Grupper rein. So, stirb. Danke. Danke, danke, danke. Aber ich hab die... Es geht. Es geht. Du, meine Feder. Nyeow, 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 nyeow. Fussh. Wow. 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 No. Ah. Ich hasse mein Leben. nein ja ich endlich hier nummer eins bei mario spielen bleibt überstehen außer außer was weiß ich keine ahnung wenn ich so ein ding pressen will oder meiner okay jetzt ist nun mal jetzt habt ihr verkackt ich verstehe es nicht so irgendwie ich schaff das ich schaff das rota hoch die tassen untertassen keine ahnung das riecht da was rede ich da ich rede wieder scheife Nein, nein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Yoshi, ich warne dich. Du verpuffst mich jetzt nicht einfach. So, weg hier. Ich habe den Part vorgehabt, das Sequel zu jagen. Was mache ich? Ich mache alles, nur keine Sequel zu jagen. Ja, ein wunderschönes Let's Play hier, ey. Wie mache ich das eigentlich? Muss ich irgendwie runter und dann so und dann, keine Ahnung, hoch und also auf jeden Fall rennen. Keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Ich bin zu inkompetent dafür. Nein, ich habe meine, meine, meine Federquelle getötet. Du bist tot. Tot, 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 und dann fliegen wir rüber. Ganz elegant. Fliegen wir rüber. Oh, nö. Nö, 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 nö. Na gut, das ist mir jetzt relativ wumpe, wie ich da rankomme. Hauptsache, ich werde nicht den nochmal getroffen. Aber hier brauche ich Anlauf, ne? Was? Was? Hey! Unfair! Unfair, sag ich! Das war doch gemein! Mann, 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 das darf doch nicht sein! Yoshi! Yoshi rennt alle vorbei und schießt! So! Gott! This game! This game is so hard to be! Wobei, ich schaffe es, dass es... Ich sage dazu jetzt nichts mehr. So, du... Dich will ich haben. Dich will ich haben. Du bist mir... Die anderen sind mir egal. Das haben sie gehört. Scheinbar. Das meinte ich, du bist mir nichts. Ich will ein Power-Up haben. Riskiere dafür aber alles. Peinlichen. Super-Juper. Nein, hier war keiner. Aber hier war eine Feder. Das ist gut. Den nehme ich gerne mit. So, und... Neu. Keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Beihre mich in dieses Geheimnis ein. Ich habe es zweimal geschafft. Das ist schon fast eine Pflanzleistung für mich. Aber nur fast. Vergiss nicht nur das fast. Das fast wird betont. Ich bin ein Mario-Spieler, der nichts drauf hat. Töp. Außer schön aussehen. Ich habe den... Ich habe den... Ich habe den Typen getötet. Und natürlich der Einzige, der nicht wiederkommt. Da hält die Fresse. Ich wollte durchrennen. Aber das Spiel hat mich nicht gelassen. Das Spiel hat mich nicht gelassen. Aber ich spiele die Fehler mitnehmen und dann raus hier. Ach so. Ach ja, ich habe es ja nicht geschafft. Stimmt. Ich habe den Typen getötet. 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 O, ich habe den Typen getötet. Bap, 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 bap. Bap, 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 bap. Bap, 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 bap. Ouch. Nein, Fehler. joshy kommen hier was er ziehen jetzt alles lebt ja noch lab Ah, hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Da Da Ah, irgendwie. Keine Ahnung. Hast geschafft, aber irgendwie auch nicht. Bam, 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 bam. Ich will dich doch nicht so töten. Komm her. Komm her, dein Spikey-Ding. Spikey, Spikey, Spikey. Okay, ich werde zu Bett weg. So. Ah, Mann. Ah, ja, schlägt auch gut. Hat alles richtig gemacht. Aber erstmal muss ich die Dinger hier... ...das werden. Genau. Ah, haha. Ha, 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 ha. Ja, mui. Yes. Gut, äh, Leute, damit wäre der Part geendet, ähm, dafür, dass das verdammt lange gedauert hat und verdammt mühselig für mich war. Ich hab, ich hab, ach, ich sag dazu nix, also, ähm, ja, wenn euch der Part gefallen hat, schreibt es mir in den Kommentaren. Würde mich freuen, wenn ihr noch andere Videos reinschaut oder was auch immer ihr heute machen wollt. Also, guckt, was ihr wollt, glaubt's euch, habt Spaß und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!